So, ich bin jetzt in Lindau am Bodensee. Machen wir ein Video auf die andere Seite. Ich schaue mal, wie man da rüberkommt und dann gehen wir mal los. So, ich bin jetzt auf die Seite. Ich bin jetzt in der Mitte. So, ich bin jetzt in der Mitte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Direkt am Bodensee, Hotel von Weichau Hof. Jetzt sind wir hier weiter. Am Bodensee. Ich möchte jetzt auf die andere Seite kommen. Schauen wir mal weiter. Da kommt man nicht durch. Ich möchte jetzt auch mal da durchkommen. Sehr ruhig. Wie ist das? Ja, wirklich ein Eis. Oh, da eine gute. Noch ein paar Büro hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt gehen wir weiter! Noch mal bitte! Jetzt gehen wir weiter! Jetzt kommen wir weiter! Ja! Ja! Jetzt gehen wir weiter! Dann 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 gehen wir runter! Lufi! Dort ist der Sommer im Tuch, so wie der Barsch. Es ist super, du bist sehr, du bist sehr, du bist sehr. Ich weiß nicht, wo du bist! Die Kühen! Look! Ich bin der Sturm. Eine kleine Foto, Oma! Oma! Das war's für heute. Hier nochmal der Seehafen. Ich bin auf Warteschleife. Warteschleife? Keine Ländererlaubnis. Ich warte bis die Mannschaft. Schmecken. zen Georg gehrt. Ich bin auf Warteschleife. Ich bin auf Warteschleife. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Misten wir gleich ankommen, auf der anderen Seite Und dann mache ich erstmal wieder Stopp Morgen kommt dann auch eine Pause Stopp Das ist gut. Die war schon gut. Das ist gut. Es gibt so viele Steckchen. Das schluss aber nicht, dass ich gestürzt bin. Das schluss aber nicht, dass ich gestürzt bin. Auch nicht so wollen. Auch nicht so wollen. Das ist noch ein kleiner Imbiss. Das Hevenier-Shop. Hier ist das für ein Anzamt. Linda von Anzamt. Anzamt von Linda. Finden wir nirgendsamt? Jetzt geht's hoch. Ui! Alles gut. drawing her. Habe ich jetzt schon? Jetzt geht's mal. Dann geht's. Jetzt gehen wir hier. Ich habe mich nicht mehr gesehen, aber ich habe mich nicht mehr gesehen. Schauen wir mal was da oben ist, dann wollen wir mal gut schauen. Hier oben ist die Römer-Schanze, hier oben ist die Römer-Schanze, ja laufen eine Runde, laufen eine Runde. Hier oben ist die Römer-Schanze. 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 Ja, das ist gut. Ein bisschen Leute hier. Es ist eine große Bedeutung. Dann schauen wir da mal weiter vor. Zwei Schwäne. Oh, ein schönes Bier. Ja, auch hoch und mal, kommen wir mal hoch drunter. Wenn man mal bitte um hochkommt, schauen wir jetzt mal. Ja, das war's. Du hast noch mehr auf den Haaren? Mhm. Mama! Oh, so am I good soul. Ja, ich zieh's doch. Vielen Dank. Jetzt gehen wir hier mal hoch. Wir sind nicht auf der anderen Seite. Da gehen wir mal vor. Vielleicht kommen wir auf den Turm hoch. Jetzt dusche ich morgens. Ja. Dann kommen wir auf den Turm hoch. Ja. 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 Dann fällt wieder einmal raus. Zäufe nehmen. Ein bisschen mit dem Akkent. Das hat wegen der Sonne die Blende. Ja. 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 den Turm kommt man nicht hoch oder vorne kommt man hoch die einen hinter dem eine Runde und dann mal in der Stopp Klaas Laches Wasser hier Das ist ein kraches Wasser. Das ist hier ein Teil Länderegg. Die Länderegänge sind auf der Verlust. Die Länderegänge sind wie in der Spuren. Die Länderegänge sind hier. Die Länderegänge sind auf der Bühne. Ich habe keinen Re тел. Ich habe keinen Rezauch. Ich habe keinen Rezauch. Ich habe keinen Rezauch. Ich habe schon ein Bock gesehen. Ich habe schon ein paar gesehen. Ja, schon ein paar gesehen. Jetzt fahren wir hier mal hoch. Jetzt schauen wir hier mal hoch. Einmal rundherum. So, legt der Aufstuchstampf an. So, legt der Aufstuchstampf an. So, legt der Aufstuchstampf. So, legt der Aufstuchstampf. So, legt der auf den Trittboot. Ja, geht da auf den Trittboot. Ja, danke. Dudo Und da kommt wieder einer rein. Hier gibt es auch Tretboote, aber da schauen wir mal, wo Tretbootverleih ist. Und somit gehen wir auf Stop. Ich hoffe euch hat das mal gefallen. Ich mache jetzt mal ein paar Fotos und dann später noch ein paar Videos.